Schlafgut. Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Hans und die Bohnenranke Es war einmal ein Junge namens Hans, der lebte bei seiner Mutter. Sie waren so arm, dass sie alles verkaufen mussten, um etwas zu essen zu haben. Eines Tages sagte Hans' Mutter zu ihm, Wir müssen Bella, unsere alte Kuh, verkaufen. Bring sie zum Markt, Hans, und denke daran, einen guten Preis auszuhandeln. Also brachte Hans Bella zum Markt. Es dauerte nicht lange, als ein alter Mann auftauchte. Willst du diese schöne Kuh verkaufen? fragte der Mann. Ja, sagte Hans. Nun, ich gebe dir dafür diese Zauberbohnen, sagte er. Sie sehen unscheinbar aus, aber wenn du sie vergräbst, wirst du bald reich sein. Reich werden hörte sich gut an. Er gab Bella dem alten Mann und nahm die Bohnen. Als er seiner Mutter die Bohnen zeigte, wurde sie wütend. Du dummer Junge, geh auf dein Zimmer! schrie sie und warf die Bohnen aus dem Fenster. Als Hans am nächsten Morgen erwachte, war es sonderbar dunkel im Zimmer, und alles, was er durchs Fenster erspähen konnte, waren die Blätter einer riesigen Pflanze. Einer so hohen Pflanze, dass er das obere Ende gar nicht sehen konnte. Das muss eine verzauberte Bohnenranke sein, rief Hans und begann an der Ranke empor zu klettern. Ganz oben war ein riesengroßes Haus. Hans knurrte der Magen vor Hunger, und so klopfte er an der riesengroßen Tür. Eine Riesin öffnete. Bitte, könnte ich etwas Frühstück bekommen? fragte Hans höflich. Du wirst selbst Frühstück sein, wenn mein Mann dich findet, sagte die Frau des Riesen. Doch Hans bettelte und bat, und schließlich ließ sie ihn herein und gab ihm etwas Brot und Milch. Die Frau des Riesen hatte Hans gerade gezeigt, wo er sich verstecken konnte, als der Riese schlecht gelaunt nach Hause kam. Ich rieche Menschenfleisch, brüllte der Riese. Du dummer Mann, sagte seine Frau, du riechst die Würstchen, die ich dir zum Frühstück gebraten habe. Der Riese aß ein riesengroßes Frühstück, und dann begann er, die riesigen Goldmünzen aus seiner Schatztruhe zu zählen. Das Zählen machte ihn müde, und er schlief ein. Schnell wie der Blitz griff sich Hans zwei der großen Goldmünzen und kletterte die Bohnenranke wieder hinab. Seine Mutter freute sich sehr über das Gold. Du schlauer Junge, Hans, lachte sie. Wir werden nie wieder arm sein. Doch es dauerte nicht lange, und sie hatten das ganze Geld ausgegeben. Da beschloss der Junge wieder, an der Bohnenranke emporzuklettern. Wie beim ersten Mal klopfte Hans an die Tür und fragte die Frau des Riesen nach etwas zu essen. Er bettelte und bat, und schließlich ließ sie ihn ein. Sie gab ihm etwas Brot und Milch und versteckte ihn im Schrank, gerade als der Riese hereinkam. Als der Riese ein riesengroßes Mittagessen verzehrt hatte, brachte ihm seine Frau sein Hühnchen. Lege Eier, schrie der Riese, und die Henne legte ein goldenes Ei. Zehn Eier legte sie, bevor der Riese zu schnarchen anfing. Hans konnte sein Glück kaum fassen. Schnell wie der Blitz griff er sich die Henne und rannte davon. Obwohl Hans und seine Mutter nun reicher waren als in ihren wildesten Träumen, konnte Hans nicht anders. Er beschloss noch einmal, die Bohnenranke emporzuklettern. Dieses Mal wusste Hans, dass ihn die Frau des Riesen nicht einlassen würde, und so schlich er hinein, als sie nicht hinschaute, und versteckte sich schnell im Schrank. Wie immer kam der Riese heim und aß ein riesengroßes Abendbrot. Dann brachte ihm seine Frau eine Zauberharfe. Spiel! brüllte er, und die Harfe begann zu spielen. Es war so schöne Musik, dass der Riese in Rekordzeit einstief. Hans griff sich die Harfe und rannte los. Aber die Harfe rief, Meister, helft! Der Riese wachte sogleich auf und rannte hinter Hans her. Der Junge rutschte die Bohnenranke so schnell hinunter wie nie zuvor. Doch der Riese holte auf. Mutter, bring mir die Axt! schrie Hans, als er unten ankam. Dann hieb er mit aller Kraft auf die Bohnenranke ein. Knarzt, echt! Der Riese kletterte rasch wieder nach oben, kurz bevor die Bohnenranke zu Boden krachte. Als seine Mutter die Harfe spielen hörte, umarmte sie Hans. Und die beiden lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Dir gefallen meine Geschichten? Dann abonniere meinen Kanal. Mann,usta, wie zum Beispiel. Einsiedelung. Dann öffke, bis zum Beispiel. Enough machen. Dann in die Bohnen, da bin ich mit dem Plan.